Der Praxumsmarkt im Bereich von E-Health und M-Health zeigt, dass es hier einen enormen Bedarf gibt. Und gleichzeitig hinken wir vielerorts noch hinter den Möglichkeiten her. Wir reden über das Internet der Dinge, Cloud Computing und Industrie 4.0. Aber im Gesundheitswesen sind wir zu häufig noch im analogen Zeitalter oder wie die FAZ neulich titelte, Gesundheit 1.0. Dabei haben wir kein Anwendungsproblem. Fast alle Praxen und Krankenhäuser nutzen bei den rund 1,5 Milliarden Euro Behandlungen pro Jahr digitale Daten auf hohem Niveau. Aber wenn dann 5 Milliarden Euro Behandlungsdokumente ausgetauscht werden müssen, dann geht es meist noch per Fax oder per Post. Wir haben also durchaus ein erhebliches Vernetzungsproblem. Der wichtigste Grund dafür ist, dass eine stabile Datenautobahn fehlt. Man hätte gleichsam lauter Sportwagen bei uns, aber immer noch zu viel Feldwege als einziger Verbindungsweg. Und unser E-Health-Gesetz soll genau daran etwas ändern, nämlich mit Tempo. Und da appelliere ich gerne auch bei dieser Gelegenheit an alle Verantwortlichen, darauf zu achten, dass wir nun in der Tat diese sichere Infrastruktur schaffen und Patienten nutzen auch tatsächlich mehreren. Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, die Zahlen wurden noch einmal Erinnerung gerufen, ist da wahrlich kein Ruhmesblatt. Viel zu lange ist gestritten worden, auch aufgrund von Partikularinteressen. Und deswegen gibt es einen guten Grundsatz im E-Health-Gesetz in Zukunft, nämlich wer blockiert zahlt. Mit klareren Fristen wollen wir nicht einer Behörde das Wort reden. Das hat einen ja auch mitunter zum Schmunzeln geführt, dass ich jetzt sogar in Wirtschaftszahlen marktwirtschaftlich orientierter Zeitungen die Empfehlung bekam, alles in eine Staatsbehörde zu überführen. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Aber wir wollen gemeinsam jetzt eben Dampf machen mit der Selbstverwaltung zusammen, dafür, dass Patientennutzen entsteht. Ganz praktisch, bei den Notfalldaten, damit im Zweifel sehr schnell alle Informationen, Medikamenten und Verträglichkeit, alles, was wichtig sein mag, bei einem Unfall schnell den Behandelnden zur Verfügung steht. Oder ich nehme das Thema Medikationsplan. Mehr Menschen sterben in unserem Land, haben Fehlgebrauch von Arzneimitteln und dadurch auftretenden Nebenwirkungen als im Straßenverkehr. Die Möglichkeit, alsbald in einem Medikationsplan, hoffentlich dann in ebenfalls nicht zu ferner Zeit, diesen auch verankert auf der elektronischen Gesundheitskarte, können wir hier einen Baustein neben weiteren zu einer stärkeren Arzneimitteltherapie. Sicherheit leisten im Interesse gerade der Patientinnen und Patienten in einer älter werdenden Gesellschaft mit Mehrfacherkrankungen, mit umfangreicher Medikation, vielfältigen Medikamenten, aber keineswegs immer noch mit Kindern oder Schwiegerkindern, in der Nähe, die gleichsam darauf achten, dass die richtigen Tabletten in der richtigen Häufigkeit eingenommen werden. Erwartungen in dem Zusammenhang an die Selbstverwaltung, ich sage deutlich, aber auch an die Industrie. Ich erwarte, dass sie die Chance, hier etwas Vorbildliches zu entwickeln, registriert und entschlossen und zuverlässiger anpackt. Mit Sorge habe ich deshalb registriert, dass seit Vergabe der Realisierungstests der Starttermin bereits um mehr als ein Jahr verschoben wurde. Ich erwarte daher, dass der jetzt für November dieses Jahres geplante Start der Echttest mit allen geplanten Produkten gehalten wird, so wie es zugesagt wurde. Das ist eine große, ja eine komplexe Aufgabe, eine sichere Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen für fast 200.000 Ärzte, 20.000 Apotheken, 2.000 Krankenhäuser und nicht zuletzt 70 Millionen gesetzlich Versicherte in unserem Land. Aber ich bin davon überzeugt, wir können damit ein herausragendes Beispiel zeigen, dass unserem Land die Potenziale für eine dann in der Welt in der Vernetzung Sicherheit und Durchdringung des Gesundheitswesens einmaligen Art und Weise und die Möglichkeiten, die es hier schafft, selbstständiges Leben im Alter in den eigenen vier Wänden sind erheblich. Dabei bin ich der Überzeugung, da mag ich mich von mancher Überspitzung, mancher Sorge oder mancher Hoffnung unterscheiden, dass der virtuelle Leibarzt, der dann möglicherweise bessere Diabetes-Therapien oder anderes ermöglicht, nur im Zusammenwirken mit realen Ärztinnen und Ärzten, mit der Erläuterung dessen, aber eben wesentlich unterstützt, nicht zuletzt in ländlichen Regionen einen enormen Fortschritt an Therapietreue, an Sicherheit, an Möglichkeit selbstbestimmten Lebens schafft. Sollte 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 Sollte